Der Bolzenschuss an sich ist in der Regel nicht tödlich. Er dient dazu, das Tier zu betäuben und in einen Zustand der Empfindungs- und Wahrnehmungslosigkeit zu versetzen, bevor es durch Blutentzug getötet wird. Der Bolzenschuss wird mit einer speziellen Bolzenschusspistole durchgeführt. Dabei dringt ein Metallbolzen mit hoher Geschwindigkeit in den Schädel des Tieres ein und verursacht eine starke Gehirnerschütterung. Dies führt zu einem sofortigen Zusammenbruch des Tieres und einer Unterbrechung der Hirnfunktion. Der Bolzen dringt nur wenige Zentimeter in den Schädel ein, gerade genug, um eine Gehirnerschütterung auszulösen. Eine Pistolenkugel durchdringt den Schädel meist vollständig und richtet auf ihrem Weg schwere Schäden an. Auch in der Fleischindustrie sind tote Tiere nicht erwünscht, da sie im Falle des Todes nicht richtig ausbluten können, was die Fleischqualität und Haltbarkeit negativ beeinflusst. Bei dieser Frage muss man jedoch zwischen zwei Aspekten unterscheiden. Erstens, die islamrechtliche Bestimmung des Betäubungsverfahrens selbst. Zweitens, die Bestimmung über das Fleisch eines Tieres, das vor der Schächtung auf diese Weise betäubt wurde. Solange das Tier zum Zeitpunkt der Schächtung noch lebendig ist, gilt das Fleisch grundsätzlich als essbar, unabhängig davon, ob vor der Schächtung Handlungen am Tier vorgenommen wurden, die nach islamischem Recht verboten sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017